Hallo, da sind wir wieder. Ja, wir sind mittendrin statt nur dabei und werden hier erstmal das Gebäude erobern, die wir noch haben. Ressourcen haben wir ordentlich zur Verfügung. Platz für Ressourcen haben wir auch ordentlich zur Verfügung. Könnt man hier reparieren, spaßenshalber. Genau, Notgebäude wurde erobert. Und ich werde mal so machen. Haben wir eine Gnade. Ach, hier haben wir doch einen Mantel. Mantel, Schweiges, bauen wir das? Na, bauen wir zwei Hammer der Gnade. Damit können wir hier die Flak angreifen und zerstören wir die und unser Kommando-Bot greift dann die Leute an. Das sind mir einfach, die Leute sind mir momentan ein bisschen zu schade für. So, okay, da haben wir alles erobert. Hier müssen wir hin später. Ja, die Stärkungen sind eingetroffen. Ja. Verstehe ich nicht. Aber ist okay. Hm. Die Stärkungen sind eingetroffen. Soll ich die Hände oder was? Jawohl, ja. Die würden uns sofort wieder ausmachen. Würde mich mal interessieren. Sind die alle auf dem fixiert? Ich jetzt losfliege. Okay. Anscheinend interessiert es die wieder im Moment nicht sehr merkwürdig. Ich würde mal sagen, Spielschleure erhöhen wir doch mal ganz kurz und dann los mit euch, ihr kleinen Artillerie. Dann werden wir anschließend hier ein bisschen angreifen. Haben wir noch irgendein Gebäude, was wir bauen können? Eine Werkstatt, meinetwegen, könnte man noch bauen. Das würde ich sagen, werden wir mal den Sammler bald. Naja, obwohl wir haben noch genug Silos, die wir erstmal belassen können. Ach nein, kommt her, beeilt euch ein bisschen. Mit den Silos können wir ja dann spaßenshalber ein bisschen Geld sparen für die nächsten Sachen, die wir brauchen. Und wenn wir die einfach zu viele sind, dann werden wir die halt wieder verkaufen. Wenn es zu viel wird. Noch reicht es aus. Ich sehe es ja hier an den unteren Punkten. So, okay. Spielsteuerung, wieder normal für mich. Genau, Angriff. Du kommst auch mit. Und greift nicht eure eigene Basis mit an. Gleich schicken wir die doch mit los. Obwohl das fast Selbstmord ist, wie das hier aussieht. Oh Gott, die sind so schlecht. Näh, nee. Die sind... Ich bin so dumm für Befürchtung, wie wir das machen. Ja, Sir. Oh Gott. Ja, komm schon. Letzten Anger. Na, jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich nie doch zu viel bekomme. Jetzt müssen wir kurz mal was bauen. Oh, als wäre es schweigend vielleicht. Na ja, ich würde dann lieber doch mal ein bisschen... Mal sowas bauen. Packen wir kurz weg. Gott, wie schießt ihr nur daneben, wenn ich mal fragen darf? Oh, oh man. Flugsäuge sind verfügbar. Das ist sehr schön. Genau, komm hierher. Ähm, wo können wir die Kommandos weiter schicken, schicken? Und ein paar Reintür hat ich bei Invasoren? Ich weiß es nicht, wir müssen mal schauen, wie viel Missionen sichern. Genau. Jawohl, klar, schon dabei. Ja, schon dabei. Ziel wählen. Yeah. Jawohl, Sir. Bestätigt. In Ordnung. Frecher auf. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Okay, die sind so erstmal egal. Und der wurde zwar auch angegriffen, aber dem war es auch erstmal egal soweit. Okay, der greift mich jetzt an, aber... Hier ist auch noch ein bisschen was. Aber auch alles nicht so tragisch weiter. Hier ist nochmal ein Silo. Welches vielleicht ein bisschen was bringt. Also in Vessor sehe ich jetzt momentan keinen Grund. Er den Kommandobot und vier Rack-7-Trooper. Ähm... So soll es denn auch aussehen. Kommandobot. Hierher mit dir. Die brauchen wir für... ...Killen... ...der Einheiten... ...der Infanterie-Einheiten. Konstruktion fertig. Jawohl, Sir. Wird gebaut. Dann machen wir noch einmal sammeln hier, bitteschön. Dann könntest du dich nochmal zur Ruhe setzen. Konstruktion fertig. Wird gebaut. Und mit dem Flugzeugen können wir dann halt dort angreifen nochmal, wie wir es vorhin gemacht haben. So, einzeln rein. Ich glaube der letzte... ...last in, first out ist glaube die Regelung hier. Heißt also, den letzten, den wir reinpacken, der kommt auch als erstes wieder raus. So. Und jetzt will ich mal das Spiel speichern. Nochmal. Und warten wir mal kurz ab, bis der fertig ist. Rein, Theoretik könnten wir auch mit der Artillerie rüber angreifen, aber... Egal, wir können sie mal hierher fahren. Dann müssen wir sie ein bisschen ablenken. Gut. Du hierher. Ähm... Speichern. Wird halt interessant. Wir könnten wirklich mit den Artillerie von der anderen Seite hier nochmal die Panzer angreifen. Und die dadurch ablenken. Und... Das machen wir jetzt auf jeden Fall nochmal. Na, eine Artillerie hat sie leider nicht erwischt. Okay, sie greifen uns nicht an, dann lassen wir sie... Jawohl, zahl! Ich wollte gerade sagen, dann lassen wir sie erstmal in Ruhe und in dem Moment bewegt sie die argenische Artillerie. Jawohl, zahl! In Ordnung! Jawohl! Ich wollte verloben. Äh... Das will mir mal jetzt nicht mal erklären. Das Vieh hat jetzt drei Schüsse auf einmal losgebreddert. Ohne weitere Begründung. So. Jawohl, zahl! In Ordnung! Jawohl, zahl! So hoch mit euch. Ich lasse das erstmal da, kommt schon ein bisschen schneller, meine kleinen Artillerie halten. Da können wir erstmal den hier zerstören. Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! In Ordnung! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! In Ordnung! Wo liegt das Problem? Anscheinend einer mangelnden Trefffähigkeit. Ach man, ihr seid echt ein bisschen traurig. Jawohl, zahl! In Ordnung! Wie wär's mit etwas Rückenrücken? Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Du, Fliegeinheit, Fliegeinheit. Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Und dann speichern wir nochmal. Dann hat die Artillerie auch hier nochmal ein Sinn und Zweck gehabt. Jawohl, zahl! Jawohl, zahl! Bevor sie sich hier zerstört, weil sie zu nah rangeht wieder. Jawohl, zahl! So, eins. Jawohl, zahl! Zwei. Okay, sehr schön. 2, 1, also Guuuut Bisschen wir darauf achten, wenn jemand rauskommt, wenn wir ihn sofort töten Oder die erstmal hier oben werden getötet Ähm, hallo Okay Kommando Bots vom Gegner Sehr merkwürdig Ich will ungern weiter nach oben angehen Dann mich erstmal hier um die kümmern Ja Noch ist kein Meister vom Himmel gefallen Und hier unten genauso Was zum... Nein So Okay, die haben wir erwischt Jetzt sind wir hier In Ordnung Hatte doch hier ein bisschen Schaden bekommen Sehr gut Und jetzt hier nochmal Angriff Sehr schön Und speichern Ach ja So Bisschen laden Bisschen laden Bisschen laden Bisschen laden Warum sind die eigentlich wieder angekratzt Wenn ich fragen darf Hm, keine Ahnung Oh, hier könnte vielleicht was interessantes sein Mal schauen Das ist echt... Boah, noch mehr Die Mission ist... Bisschen krass Oh, Mann Okay, ich würde sagen Mission laden Alle hier runter Kommen sie echt nochmal an Oh, Mann, 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 Mann Oh, Mann, Mann, Mann Okay, der ist fast zerstört, aber... Besser ist, wir bauen nochmal vier von denen Oder fünf und schicken die nochmal rüber Und dann kann aber in der Zwischenzeit nochmal kurz der Sammler ein bisschen was sammeln Oh, nein Oh, nein Oh, nein Bleib da, wo du bist Konstruktion fertig Er ist schon dabei Wird gebaut Einheit verloren Das war klar Ich kann nur hoffen, dass die... So Dass der ja bleibt, wo er ist Nicht irgendwie näher versucht, dran zu kommen Vielleicht sollten wir wirklich irgendwer so ein Gebäude hier einzunehmen Damit wir von dort ein bisschen was bauen können Ach, du Kuhn, Mann Kein Problem Kein Problem Kein Problem Kein Problem Kein Problem Kein Problem Schon dabei Ah, du, nein Wie gesagt, die rüber und ich hoffe, der greift uns nicht direkt an Ah, da wird nur die Aktion nochmal hin Ach, nein, 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 nein Jawohl ich hab recht Reihe auf Einheit verloren So Jawohl serv cine Ja leider kann ich's das nicht anders machen Jawohl serv Ich werde auch nicht direkt wechsel wieder das speichern, sondern weiter runter das ist genau so was nicht passiert ja klar ich weiß es nicht dämlich artillerie flugzeuge sind halt auch nicht mehr verfügbar wir müssen erst mal warten zu laden so bleibt erst mal hier wir bauen auf jeden fall im basur müssen wir rüber schicken ich hoffe bis die flugzeuge verfügbar sind noch mal dass wir dann in der zwischenzeit genug bekommen konstruktion fertig das ist auch keine einheit in der zwischenzeit erscheinen doch nein 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 bitte bleibt ja 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 so wird es anders ich habe auch kein obelisten als beteiligt gut ein kraftwerk ja und jetzt werden sie auch immer überall hören ja und dann kommt auch mal der an also eigentlich kann man nur den wieder zurückschicken die leute oder wir probieren es erst gar nicht laden mal das gut ja ihr idioten nein laden und mit 7 und damit euch flugzeug verfügbar nein wir lassen das heute weiter und ich muss